die die das ist so gut und zu loben oder mehrere kuhlern zu loben wir kommen noch eins da und bauen wir erst mal ein kleines gehege eine arme kleine kuh auswicht, nur jetzt, weil wir das eh nicht brauchen das kann man einfach mal so so viele stöckchen klettert da gerade eine kuh ne, das ist ja eine kuh, egal so kein zaun gegen zäunen hier sind zäunen in der 1.8 anders hallo kuh äh war die jetzt so? ne war der jetzt irgendwas anderes in der 1.8 ach so ja ok wenn du meinst geht schön aus also machen wir gekauft verschwinden wir das ganze Birkenholz gibt's auch ein Birkenholz bevor dann nur mal so das Interesse ne, wenn ich das so mache dann ist es ein Zaun cool ja, ich bin schlau ich kann zusammenhängen weg 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 oh Gott ach so, mich jetzt erschrocken kleiner Pastor hat schon so dann gleich fertig das gibt mir drei Stunden danke immer Zeit da ist jetzt die olle Kuh hin ich will mich verarschen wieder ein Stückchen weglaufen was? was willst du jetzt? ich will mich verarschen ich hab doch alles ausgeleuchtet tschüss man hätte ich gekannt zu haben jetzt aber nicht mehr machen wir's hier hier hübsch machen wir das hübsch da ist schon wieder ein Zombie der will wieder mit mir spielen ich aber nicht mit ihm dun 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 Entschuldigung da bauen wir das jetzt einfach ist kalt t au kleiner scheiße tschüss tschüss ausgesperrt so, hast du davon wo ist denn jetzt unsere Kuh hin? da hinten läuft sie da latsch meins schmecken komm ich wohnert so so jetzt dürfen wir hier nichts mehr begegnen folgt uns auch schön langsam doch langsamer geht's nicht bisschen XP auf dem Weg mit einsammeln dann warten wir da komm cool die cool die cool die das macht schon auf und dann hast du voll viel Gras hier tschüss Gras im Sinne natürlich von mit Gras nicht das was ihr schon wieder denkt so falscher Druck so wunderschön wunderschön ich bin begeistert na alles fresh gut ja nochmal noch so ein cooles Schildchen dass jeder weiß dass wir jetzt hier bauen das ist unser Territorium so und so ich bin eben kurz genommen weiß ich nicht und so wie ich mit Stöcke genommen das macht genauso wenig sind sind meine Damen und Herren das Deutsch diese Crafting Skills da ist eigentlich doof ok bauen was hier hin K passt doch passt ja gut guck mal wie ist das nicht gut gut Noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Nein, natürlich nicht. Längst dran hin, Schätzkinn. So, Axt. Axt. So, jetzt mit diesen vollkommen unnützen Stöckern, die wir jetzt hier haben. Sand, nee, Erde brauchen wir. Und Schau. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Sand. Erde brauchen wir. Na, Skelett, alles gut. Läuft bei dir, schön. Ach, Ausbau. So, gar nein, die Schwester angelegenheiten. Wunst du schon oder lachst du? Zitat Ende. So. Win-U-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-JKI-SCHätzchen-DIN. 5 5 5 ich hab schon was richtig hat es geplant Schwerding lohnt sich auf jeden Fall ich brauche ein bisschen nein ich brauche ein bisschen mehr Erdo ich dachte schon was ich will nicht noch mehr Bullen haben Farb Farmwelt ne warte Feuer Feuer nehmen wir noch ein bisschen Essen Farb jetzt Farmwelt so Erdchen Erdchen brauchen wir Erdchen da ist schon wieder mein Freund der Ender Dragon wunderbar ich hoffe einstecken wahrscheinlich nicht deshalb werden wir uns hier noch öfter rumtreiben und Erde klauen so wie weit kann ich noch gut das gegen Protonel der Grunde der Grunde Kürtel 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 zu bauten wir haben noch mal zweiter Kürtel 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 ein und ein halbes meine Mathe-Skills. Okay, dann, Homo. Dann gehen wir Homo. Das Englisch. Hupf. 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 Nichts. Vor allem das Schild so richtig günstig platziert. wundervoll und dann können wir das gleich nochmal schreiben ja ich weiß dass es mein Schild ist hätte ich jetzt nicht gedacht habe ich hier vielleicht noch ein bisschen Erde oder so drin genau an vorne an vorne an vorne war natürlich noch eins wo ist denn jetzt meine Axt hin bin ich jetzt doof oder so ach doch gut ich bin dumm ja ich bin doof nochmal schreiben hier baut unikon und ein Herz dahinter was schon wieder ein Screenshot gemacht hat frag mich nicht so so hier war ja die Gemeinschaftskiste ne hier ist direkt drin yay und meine drei Fäden sind immer noch drin yay gut so ich bin jetzt einfach nicht ja gut ich baue jetzt nur also da braucht er auch nicht ja die das nicht so viel essen das bitte weg Fackelchen so so farb ist eigentlich nicht so viel Dreck in der Gemeinschaftskiste fragezeichen fragezeichen farb farmwelt dankeschön kann ich mir Dreck im Shop kaufen Tch ups 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 waaaap pschop geht das waaap wabo warb warb warrib sp warrib spawn sp warrib So, jetzt aber. Spawn, Farmbets, Set Home, Home, Call Name, Bring Name, MSG, Rules, Warp. Uh, peck. Keine Ahnung. Hm. Hm. Wo ist der Shop? Das ist bestimmt der Marktplatz, was? Denn. Steht da irgendwas dran? Wahrscheinlich nicht. Vorstehen gehen und einschreiben, schreien es halt, blablabla. Pff, keine Ahnung. Achso. Flapp. Farmbets. Farmwelt? Farmwelt? Rollen das eher? Farmwelt? Nee. Das mach ich hier weiter. So, ist es davon. Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Musik mehr durch Spotify ist, muss ich dafür sorgen. Geh ich halt in die andere Richtung, wenn ich so keiner will. Ah, geht auch nicht mehr weiter. Ich bin auch bei einer wieder in Abkrankung gestürzt. Super! Warum hab ich mir eigentlich erst so viel Mühe gegeben mit meiner Samenbeschaffung? Nein, mit meinen Königchenbeschaffungen. Wenn ich hier jetzt schon beinahe zigtausende habe. Fragezeichen. Hm. Gut. So. Jetzt hab ich zwei Stacks und ein bisschen. Oh. Ich krieg mir nach Hause, bevor es dunkel wird hier wieder. Dass man nicht mal tagsüber machen kann. So. So. Was soll denn das Scheiß jetzt hier? Das ist Witz. Achso. Was Witz. So. Ich brauch jetzt so ein Dings, wenn ich die falsche Rüste nehme. Achso, das ist ja kaputt gegangen. Kaputt. Ich bin so doof. So, ähm, so, so, zufrieden? Ja, gut. So. Muss ich die Pissen auch wieder abholen? Das finde ich so schlau. Wieso bin ich nicht eher auf diese grandiose Idee gekommen? Mach ich einfach zückt. Nee, erst, oh Gott, erst mal spare ich meine Erde, ne? So lange, bis ich das hier alles voll gemacht habe, was wahrscheinlich auch wieder nicht reichen würde. So, ihr, da weg, 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 weg. Blümchen braucht keiner Sau. Vielleicht wahrscheinlich auch wieder nicht. Dann, 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 dann. Wird knapp. Oh, reicht auch was er da? Nein, schade. Ah, Mist. Hüpf. Oh, es kommt noch ein paar Blümchen an Pflanzen. wir sind ja auch gut ich mag keiner es ist noch irgendwo vielleicht so eine zweite und süße kleiner für meinen schade ii ich glaube ich möchte sie einfach den restlichen erd die Münze das ist ja auch nicht schlecht aus bisschen kleinerer Berg wie lange werden wir noch an diesem Haus oder wenn wir an dem Fundament sitzen das sag ich euch jetzt ist unsere Scheiße auch noch kaputt ich bin mir ganz ehrlich gekommen Prozent wieder ruhig auch Tüttl übte Tüttl übte Tüttl übte Tüttl übte Tüttl übte Tüttl Tüttl übte Tüttl Tüttl übte so setzbo Nein, so. So, wundervoll. Ich bin so doof. Oh, ich bin echt doof. Ich bin selten dämlich. So, wundervoll. Irgendwann sattiere ich die auch mal. Aber nicht heute. Später. So. Alles hübsch. Schön reinknatschen da. Da jetzt noch einmal Sand. Äh, Sand Erde. Die Kiste weg. Ganz scheiß da rein. Blub, 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 blub. Den Ton kann ich auch mal brennen, hier. Brrrrm. Brrrrm. Truhe. Hübsch. So, und in denen ist ja nichts drin, also kann ich die gleich, gleichzeitig wegkauen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich ahne es bereits. Das habe ich auch geahnt. Oder weniger. Hallo? Hierzu. Ich habe keine Lust, dass da irgendjemand hochkommt. Ich sehe das an, halt. Ich habe keine Lust, dass da irgendjemand hochkommt. Na gut, das passt so. Äh. Bisschen Ton. Für arme Frauen. Ein Blumenkügel. Bisschen hübsch machen. Passt nicht mal. Es geht ja nicht mal. Super. Wollte ich mal hübsch machen hier? Das ist der Dank dafür. Danke. Hübsch. Du bist jetzt hübsch. Und ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Das sieht so richtig behindert aus mit der Hose, die so bis über den Bauch. Okay, egal. Auf jeden Fall, damit verabschiede ich mich jetzt. Ähm, ja. Auf Wiedersehen. Ich kann mich ja noch so schön mit der Schleichwerbung hier entstellen. So. Gut. Auf jeden Fall, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Aufnahmestation. Ich weiß gleich, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Das müsste ja klar beinahe eine Stunde sein. Ja. Ja. Gut, kann sein. Haut hin. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich und ja, auf Wiedersehen. Hehehehehe. I'll give it to you, no interruption. In your home, in your home, oh, on the phone, on the phone, all alone, all alone, oh, I'll give it to you, no interruption.